Yo meine Freunde, hier ist euer KranCrafter. Ich mache eben nur ein Video, dass kein Video kommt, also mache ich doch ein Video und Videoception. Ich mache heute kein Video, beziehungsweise eigentlich habe ich ein Video gemacht, weil mein Internet sich ziemlich Zeit lässt. Ich habe das Video schon hochladen wollen, vielleicht haben es Leute auf meiner Facebook-Seite gesehen. Facebook könnt ihr mir übrigens folgen, gefällt mir drücken, wie auch immer. Und ja, ich habe eigentlich ein Video machen wollen, aber ja, mein Internet hat sich entschieden, dass sich da ein bisschen Zeit lässt und keine Ahnung, 300, 400 MB Video, 6 Stunden und ja, das wäre dann heute Nacht irgendwann um 12 Uhr gekommen oder so und da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt lieber ein Infovideo und morgen dafür vielleicht 2, kann ich nicht versprechen, weil mein Internet wird ja morgen auch nicht besser dann, aber vielleicht so für nach der Schule ein Video und am Abend eins, also wird schon irgendwie klappen, ja. Also ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und hatet mich jetzt nicht allzu Tode, nein, Spaß würdet ihr sowieso nicht machen. Meine Abonnenten, soll ich euch Kranonenten oder Swagger des Todes oder wie auch immer nennen, schreibt es mal in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei Minecraft. Also macht's gut, danke fürs Zuschauen und ciao.